Sie sind hier, 3. Dezember 2018, 15.42 Uhr, von Sportinformationsdienst, Lesedauer, 2 Minuten vergrößern, verkleinern. José Luis Nunes L. war 22 Jahre lang Präsident des FC Barcelona Urheberrecht Getty Images Trauer beim FC Barcelona. José Luis Nunes ist im Alter von 87 Jahren gestorben. Der Ex-Präsident gilt als prägende Figur der Vereinsgeschichte. Der spanische Meister FC Barcelona trauert um seinen langjährigen Präsidenten José Luis Nunes, der im Alter von 87 verstarb. Er war von 1978 bis 2000 Chef des katalanischen Traditionsclubs und galt als einer der mächtigsten Männer im spanischen Fußball. Während seiner Präsidentschaft wurden unter anderem Bernd Schuster und Diego Maradona als neue Stars sowie Trainer Udo Latec zu Barca gelotst. Von Sportinformationsdienst